Für 63 Millionen Euro Bira-Emerick Aubameyangs Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal scheint beschlossene Sache zu sein. Wir schauen zurück auf seine Zahlen und die Wechselpusse. Das wochenlange Tauziehen um Bira-Emerick Aubameyang ist beendet. Der Stürme wechselt von Borussia Dortmund zum FC Arsenal. Die BVB-Aktie stürzte prompt stark ab. Bira-Emerick Aubameyang wechselt von Borussia Dortmund in die Premier League zum FC Arsenal landen. Die Klubs einigten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von 63,75 Millionen Euro und bestätigten den Transfer zunächst in einer Mitteilung an die Aktionäre und Minuten später per Twitter. Über die Laufzeit des Aubameyang-Vertrags in London wurde zunächst nichts bekannt. Der BVB gab bekannt, dass der bis 2021 laufende Kontrakt mit dem Gabune aufgelöst worden sei.